Hier fühlte sich Schwarz wahrscheinlich ganz wohl, aber dann schlug die Bombe ein. Läufer E5 Schach. Auf ein Feld, auf das der Läufer dreimal angegriffen ist. Dem Turm, von dem Turm, von dem Läufer. Aber keine der drei Figuren, die den Läufer angreift, darf ihn nehmen, denn dann wird es matt. Schwarz hat nur keine Alternative. Wenn einem Läufer schlecht, kommt Dame schlecht E8 und es ist matt. Beachtet, der Turm strahlt hier rein, der König kann nicht raus, es müsste die Dame davor ziehen und dann wird es matt. Und auch wenn ein Turm nimmt, egal welcher. Turm schlecht E5, kommt Dame F6 Schach. Der Turm strahlt hier rein, es müsste die Dame dazwischen ziehen und matt. Und das gleiche ist, wenn der andere Turm nimmt. Das ist auch wieder Dame F6 mit matt. Und so tat Schach Mamed Yarov das einzig Richtige in dieser Stellung. Er gab auf. Weiß gewinnt.